Heute schauen wir uns mal folgendes an. Social Media ist ja seit einiger Zeit in aller Munde, aber im B2B, möchte ich mal sagen, im B2B-Geschäft ist es teilweise noch sehr rückständig. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing, Experte für Neukundengewinnung B2B in der IT-Branche. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner neuen Serie Performance-Marketing-Quick-Tipps. Und weil wir keine Zeit verschwenden wollen, schießen wir auch gleich los zum ersten Slide. Heute schauen wir uns mal folgendes an. Social Media ist ja seit einiger Zeit in aller Munde, aber im B2B, möchte ich mal sagen, im B2B-Geschäft ist es teilweise noch sehr rückständig bzw. noch nicht sehr stark genutzt. Und viele sind aber jetzt sozusagen auf dem Vormarsch und sagen, okay, da müssen wir jetzt auch was in diese Richtung tun. Das schauen wir uns jetzt mal an, zu bezüglich, insbesondere in der IT-Branche natürlich, meine Spezialität. IT-Dienstleister, Softwarehäuser, Softwarehersteller etc. pp. Und schauen uns das mal an und setzen das mal, vergleichen das mal zu alterkömmlichen Marketing-Maßnahmen. Ja, was gibt es jetzt erstmal so im Social Media-Bereich? Also es gibt ja da eigentlich gar nicht so viele, die wirklich Wirkung haben, Facebook, YouTube, dann LinkedIn, Xing, eher B2B-Plattformen. Und dann gibt es vielleicht noch ein paar andere, die aber relativ im deutschen Markt, relativ unwichtig sind, wie zum Beispiel Twitter oder so ein paar andere Sachen. Besonders für meine Zielgruppe. Und tja, wir überlegen uns jetzt mal, was ist denn eigentlich das Ziel einer Social Media-Marketing-Kampagne? Also mal auf einer Meta-Ebene natürlich nur. Also es ist ja hier ein sehr, sehr kurzes Video soll das ja werden. Das eigentliche Ziel einer Social Media-Marketing-Kampagne, egal was man da macht, egal was man da an Aktivitäten verbreitet, welche Events man auch immer gestaltet oder welche Budgets man auch immer sozusagen dort ausgibt. Das einzigste Ziel ist eigentlich eine Reichweite aufzubauen und das, indem man eben eine Folloschaft aufbaut. Und eine Folloschaft ist eben nichts anderes wie eine Kundenliste oder eine Kontaktliste. Also eine Kontaktliste mit potenziellen Neukunden. Jetzt stellt sich natürlich folgende Frage. Kosten versus Nutzen. Das ist eben die Frage, die sich hauptsächlich auch immer das Controlling stellt, wenn es um das Thema Marketing geht. Also die haben ja meistens auch immer so einen leichten Dispute intern bei Firmen. Also der COO und der CMO und der CMO würde immer ganz gern noch mehr Marketingbudget haben. Der COO sagt immer, okay, was war denn da jetzt dein Nutzen von den Kosten, die wir hier für Marketing ausgegeben haben. Und in der heutigen Welt kann man das natürlich auch sehr gut oder sehr viel besser nachvollziehen, alles als wir jetzt ja damals, als es eben nur Kinowerbung gab und ähnliches. Und dazu schauen wir uns einfach hier mal mehrere Faktoren an. Denn bei einer Social Media Marketing Kampagne, die kann man unter einigen Faktoren, sagen wir mal so, ich würde mal sagen, so insgesamt zehn Faktoren, zehn Hauptfaktoren gibt es, wie man eben eine Social Media Marketing Kampagne oder den Nutzen der Kosten, die man dort ausgibt, messen kann. Und wir schauen uns heute in diesem Video einfach nur mal eine, eine an oder eine, eine Benchmark, ja, oder ein Faktor, wie man eben so eine Social Media Marketing Kampagne misst. Denn alles andere würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Und diese Benchmark oder dieser Faktor ist einfach die Benchmark zu herkömmlichen E-Mail Marketing Kundenlisten. Ja, also der Aufbau von E-Mail Kundenlisten, so wie es eben schon seit 20 Jahren praktiziert wird, lange vor, bevor es überhaupt Plattformen wie Xing und Facebook etc. gab und YouTube. Und das schauen wir uns heute mal ganz kurz an. Also es gibt insgesamt zehn wichtige Faktoren, wie man eben Social Media Marketing Kampagnen also qualitativ in ihrem Erfolg oder Misserfolg bemessen kann. Und der eine Faktor, vielleicht einer der wichtigsten, aber sicherlich sind alle zehn wichtig, ich habe mir schon, also wie gesagt, heute noch mal ganz kurz diesen einen an, ist die Reaktionsquote. Und hier zeigen eben Untersuchungen, dass nach wie vor aktueller Stand 2020 eine Mailing Liste etwa zwei, 20 mal, also bei Faktor 20, 20 mal wirksamer ist, als die von Social Media generierten Abonnenten. Also die Liste an potenziellen Neukunden bei Social Media, ja, also das ist eben das Thema. Social Media hat durchaus seine Berechtigung und funktioniert auch, aber die Qualität der Leads, die man da einfängt, sind halt häufig nicht so zielgerecht targetierbar, zumindest mal im ersten Schritt, ja. Und das ist ja das, was man letztendlich bezwecken will mit dem Budget, welches man da ausgibt. Das heißt nicht, es funktioniert nicht, es heißt einfach nur, wir setzen hier einfach mal eine Benchmark an. Ja, es geht jetzt nicht darum, irgendwie eine oder andere Methode hier positiv oder negativ zu bewerten, überhaupt gar nicht. Alle haben ihre Berechtigung und meistens funktioniert Marketing immer in Kombination von verschiedenen, also Stichwort Omnijennel, ja. Omnijennel ist das Basswort seit, ich weiß nicht wie lange, sieben, acht, zehn Jahren und wird es auch weiterhin sein, ja. Besonders auch im B2B oder auch im B2C, völlig egal. All diese, all diese Marketingkanäle werden ineinander immer mehr und immer stärker verschmelzen, ineinander übergreifen und irgendwann hat man nur noch einen dicken Datenpool, eine Datenbank mit sämtlichen Kundendaten aus allen Kanälen und Schnitt- und Touchpoints und dann über KI-basierte Software wird man sich dann eben dort aus diesem Datenpool entsprechende Maßnahmen ableiten können. Okay, das wird jetzt mal kurz ausgeschweift, ja. Und Firmen wie Salesforce, Adobe, also alle großen Firmen arbeiten da mit Hochdruck dran, ja. IBM und so weiter. Die arbeiten teilweise an der KI und andere Firmen nutzen das dann in ihren Produkten. So, jetzt wieder zurück zu meinem Slide hier. Das heißt natürlich nicht, man sollte kein Social Media Marketing betreiben, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, aber es heißt halt, dass die Effektivität, Status Quo einer E-Mail-Kundenliste einfach 20 Mal höher ist, ja. Und von daher lohnt es sich auch unbedingt, ja, im hochpreisigen B2B-Segment Telemarketing oder Telefon. Telemarketing ist ja teilweise sogar ein Schimpfwort, ja. Weil es einfach auch viele, viele schwarze Schafe gibt, das bin ich mir sehr bewusst. Und auch viele, es viele Leute da draußen gibt, die einfach Telemarketing übertreiben, ja. Nicht zielgerichtet durchführen und einfach Leuten auf die Nerven gehen und so weiter nicht genau wissen. Ja, wie oft darf ich jemanden anrufen und wo ist die Grenze und so weiter und so fort, ja. Also da könnte ich jetzt nochmal einen ganzen Kurs, eine ganze Akademie draus machen. Dazu komme ich vielleicht später nochmal. Und was ich jetzt hier nochmal sagen möchte, einfach nur dieser einzige Faktor, dass wenn du eine hoch-, also eine gut qualifizierte-, gut qualifizierte, vorqualifizierte E-Mail-Kundenliste hast, ja. Das bedeutet, dass der Kunde ja eingewilligt haben muss, ja. Dass du ihm E-Mails schicken darfst und all diese Dinge. Dann hast du jetzt einen Wirkungsgrad von über 20, also ich würde mal sagen, vielleicht sogar noch mehr als wie von über Faktor 20. Als wenn du jetzt irgendwie einen Abonnenten hast, den du sozusagen über Social Media Marketing Maßnahmen generiert hast. Ist natürlich dann so, dass du letztendlich vielleicht Social Media Abonnenten vielleicht leichter gewinnst, als wie jetzt qualitativ hochwertige E-Mails, ja. Und so gleicht sich das am Ende wieder aus. Also, ich habe ja nicht gesagt, dass das eine bessere oder das andere schlechter ist. Ich sage einfach nur, dass man mit einer guten E-Mail mehr bezwecken kann, als wie mit einem sogenannten guten Abonnenten. Und das beim Faktor 20. Das sind ja Untersuchungen, die das sagen. Das bin ja nicht nur ich, der das sagt. Das sind ja Statistiken. Und da kann man sich gerne mal, ja, auch schlau machen im Internet. Und das sozusagen mal noch gegenchecken. Da lade ich dich auch herzlich dazu ein. Ja, wir wollen mir jetzt verbleiben. Das war es zu diesem Quick-Tipp, zu diesem kurzen 10-minütigen Video. Ich werde jetzt demnächst jeden Sonntagmorgen versuchen, so ein Video raus zu produzieren und rauszusetzen ins Internet. Und einfach mir ein paar Minuten Zeit nehmen, ein paar Gedanken machen. So ein Quick-Tipp zum Thema Performance-Marketing und B2B und all diese Themen. Und wenn du Bock hast, natürlich mehr über die weiteren neuen Faktoren herauszufinden, wie man jetzt Social-Media-Marketing-Kampagnen im B2B-Bereich insbesondere bemessen kann. Ja, wo du vielleicht auch nicht so hohe Voluminas hast, ja, wie du Qualität erhöhen kannst, wie du E-Mail-Marketing-Kampagnen qualitativ hochwertig gestalten kannst. Ja, also mit einer höheren Öffnungsrate etc. etc. Ja, dann vereinbar einfach mit uns und kontaktiere uns einfach. Ja, kontaktiere uns einfach. Rufen wir uns einfach an oder geh auf unsere Webseite hier unten, hast du einen Link und oder trag dich ein in unseren Newsletter und dann kommen wir schon irgendwie zusammen. Und ja, dann freut es mich, dass du dir kurz Zeit genommen hast, wie das Video heute. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Quick-Tipp, wenn es wieder heißt Performance-Marketing Quick-Tipps mit Thomas Klein. Bis dahin, bis zum nächsten Sonntag. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.